Ich habe die meistgestellten Fragen zum iPhone im deutschsprachigen Internet gesucht und die Frage gefunden, wie man ein iPhone komplett zurücksetzen kann. In diesem Video zeige ich dir, wie es funktioniert. Wenn du dein iPhone komplett zurücksetzen willst, gibt es zwei Möglichkeiten. Man muss unterscheiden, ob du die Einstellungen zurücksetzen willst oder aber dein iPhone komplett löschen willst, weil du es zum Beispiel verkaufen möchtest. In diesem Fall gehst du in die Einstellungen, dann auf Allgemein und dort ganz am Ende auf iPhone übertragen und zurücksetzen. Kannst du dich entscheiden, ob du nur deine Einstellungen zurücksetzen willst, dann klickst du am besten auf Zurücksetzen oder du willst dein iPhone komplett löschen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann klickst du auf Alle Inhalte und Einstellungen löschen. Wenn du weitere Fragen hast, findest du die Antwort entweder auf meinem Kanal oder stellst deine Frage unterhalb des Videos in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao!